Ja, und trotz Hitzewelle haben viele von Ihnen schon Urlaub gebucht. Aber Sie sollten jetzt ganz genau aufpassen, da warten nämlich einige Strafen. Ja, ein Österreicher musste jetzt 300 Euro zahlen, weil er in Triest eine Hängematte aufgehängt hat. Und zwei Berliner, die haben in Venedig fast 1000 Euro gezahlt. Und das für den morgendlichen Kaffee. Ja, welche zum Teil wirklich absurde Strafen auf Sie warten im Sommerurlaub, das sehen Sie jetzt. Venedig, die Stadt der Liebe und die Stadt der absurd hohen Strafen. Das ist der wohl teuerste Kaffee ihres Lebens. 950 Euro zahlen diese beiden Berliner Rucksack-Touristen für ihre Tasse Kaffee. Denn die brühen sich die 32- und 35-jährigen Deutschen. Ausgerechnet in Venedig am Fuße der bekannten Rialto-Brücke. Ein absolutes No-Go, selbst der Bürgermeister der Stadt schaltet sich ein. Ein Anwohner hat uns angerufen, wir sind dorthin, haben die beiden identifiziert, sie bestraft und zurück nach Hause geschickt. Ja, sie haben richtig gehört zur Strafe, wurden die beiden aus der Stadt geschmissen und das 950 Euro Erla. Solche scheinbar horrenden Strafen sind in der italienischen Inselstadt kein Einzelfall mehr. Im Mai wurde ein neues, härteres Gesetz verabschiedet, das deutlich höhere Strafen veranschlagt für sogenanntes anstößiges Verhalten. Und dazu zählt schon das Hinsetzen auf berühmten Plätzen. Aber nicht nur das. In der Sommerhitze das Shirt ausziehen macht 200 Euro. Und Tauben füttern auf dem Markusplatz für ein stylisches Instagram-Foto schlägt mit bis zu 500 Euro zu Buche. Man mag das für Banalitäten halten, aber wir wollen einfach Touristen, die wohlerzogen sind, Respekt und Anstand mitbringen. Und nicht nur ein Venedig-Urlaub kann schnell teuer werden. In vielen italienischen Städten werden immer höhere Geldstrafen fällig. Einmal die Füße nass machen im berühmten Trebi-Brunnen in Rom, 550 Euro. So viel musste jetzt dieser Tourist zahlen, der mit einer Toga bekleidet in den Brunnen gehüpft war. Die Bürgermeisterin erklärt. Unsere Monumente müssten mit Respekt behandelt werden und die historischen Brunnen sind keine Schwimmbecken. Dieses Verhalten ist inakzeptabel, da gibt es keinerlei Toleranz. Wer in Sardinien Sand als Souvenir einpackt, dem drohen bis zu 3000 Euro Strafe. Die Sorge um den sardinischen Sand geht sogar so weit, dass am Strand La Pelosa Badehandtücher und Badetaschen verboten sind, weil die zu viel Sand abtragen. Also, vom nächsten Urlaub am besten nochmal nachschlagen, was alles nicht erlaubt ist, sonst kann's schnell teuer werden.